hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer welteroberung ja wir haben polen angenommen letzte folge bzw dann sieg die sind noch am kämpfen da die alliierten aber das werden wir auch noch lösen ja 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 bau mir mal bitte mehr davon in rostock stationieren so schauen wir mal ja die bomben wäre hier weg wir haben jetzt luft überlegenheit in polen ihre befehle war ja immer noch nicht fallen möchte hier der wahnsinn so wir können schon mal kriegt kriegsgrund rechtfertigen gegen dänemark sagen die bestände ja ich muss hier ich habe keinen leichten panzer mehr nämlich den hier raus und pack hier noch mittleren rein nee gar nicht ich pack da nachher die flackpanzer rein ich produzieren werde ja ich habe keine punkte frei der braucht das auch nicht mehr machen hier danke der schon irgendwas freigeschaltet neu so da sind wir drin ja feindliches königreich 150.000 und frankreich 40.000 ja die haben sie alle hier verlorene danzig ja gute erfahrung gesammelt wenn wir rumänien den krieg erklären kommt tscheche mit rein tschechoslowakei deswegen werden wir schon mal truppen stationieren hier konnte ich schon mal da breit machen so so werften vergeben militärfabriken frei ja 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 hier noch mal eine rein damit das schneller geht dann werde ich auch gleich den taktischen bomber technik 9 und den im großen stil produzieren denke ich mal hier auch reifen werden gebaut das wird alles repariert brauchen wir natürlich meist mehr militärfabriken gehen wir hier auf 20 sehr schön 3. juni ist ja auch bald wo warst du ostsee ja planen wir wirklich eine landung ja mal gucken ob ich den feind finde ich brauche nochmal einmal mehr öl auch gar nicht schlecht hier können wir wieder was vergeben infanterieausrüstung und auch bei tecken ja dann machen wir forschung industrie plus 15 prozent und dann kannst du mir ein z plan machen gibt ein paar werften dazu ja die einheiten brauche ich ja nicht denke ich mal für dänemark krieg erklären und wenn er seine flotte noch in aussee hat ist er nämlich gefangen so machen wir das angriff hier brechen wir locker durch schnellen panzerverbände überfahren den gegner einfach ja das ist kein problem die flotte frage ich meinen hafen dänemark ist gefallen ihr findet eine feindliche flotte kann sie gleich unterstützen sind meine vorbei die brauchen keine unterstützung ja die haben wir versenkt da klein die torpedos rein aber die nicht versenkt das ist ungewöhnlich naja gut so dänemark ist weg das haben wir ja nicht schon durch aufstände verloren auch schon 20.000 mann tja so dänemark das heißt wir haben die ostsee gesichert romanien verbessern unsere beziehung mit uns ich will keine beziehung mit euch wenn nämlich euer öl so muss die repariert werden irgendwie italien möchten bündnis mit uns das möchte ich nicht so ich werde jeweils noch einbauen weil ich gleich auch die verbesserte feuerleiteinlage drin habe geteckt habe ja habe ich jäger über ja tatsächlich dann werden wir hier mal ein bisschen aufstocken da sind sie damit ich mal aufhören mich zu bomben so und ihr könnt bitte trainiert doch einmal marine übung zur taktischen bomber will ich gleich machen dann muss ich irgendwie mal infanterieausrüstung industrie muss ich tacken ach Gott ja so kann man stufe drei spielen 20 juni 39 schon britischer agent festgenommen schön durch das festnehmende agenten kriegt man spionage weil der plaudert wo ich habe 100 prozent industrie spionage bei dem was hat er denn 42 militärfabriken ich habe 91 ja gut wir spielen ja alle zusammen ja da hat er seine marine fahren tja gut so feuerleitanlage ist drin taktischen bomber so dann würde ich sagen ich beende die folge danke fürs zuschauen in der nächsten runde in der nächsten folge werden wir rumänien einnehmen hoffentlich und das nicht so die zähne ausbeißen wie Polen vielen dank fürs zuschauen und Däumchen hoch tschüss ich